Der Gasplanet Saturn hat wie die Erde oder der Mars vier Jahreszeiten. Im Gegensatz zur Erde dauern die einzelnen Jahreszeiten auf Saturn fast sieben Erdenjahre. Im Saturnwinter zeigt sich der Gasplanet in seiner ganzen Schönheit, denn dann zeigt Saturn seinen Nordpol in Richtung Sonne. Dabei kann das Magnetfeld des Saturn mit dem Sonnenwind der Sonne wechselwirken, dann kommt es, ähnlich wie auf der Erde, zu atemberaubenden Polarlichtern. Für die unterschiedliche Ausprägung der Polarlichter sind sowohl der Sonnenwind als auch die schnelle Rotation des Saturns, die etwa elf Stunden dauert, verantwortlich. Außerdem weist das Saturn-Nordlicht zwei deutliche Helligkeitsmaxima auf. In der Morgendämmerung und vor Mitternacht. Letzteres scheint, ohne vorherige Informationen, auf die Wechselwirkung des Sonnenwindes mit der Magnetosphäre zur Sommersonnenwende auf dem Saturn zurückzuführen zu sein.